Oh, oder mach das Pirelli. Was kenn ich denn? Spielen und Lachen. Spaß haben mit Kids. Ja. Und irgendein Gibbärchen. So sieht das aus. Lach- und Sackgeschichten beim Guide, wie sie es nicht machen sollten. Ja, wenn ein Programm drin hätte, hätte man das jetzt auf Programm stellen können. Ja, komm, start hier mal. Kann doch nicht sein hier. Let's go to the ready. Ah, na also, geht doch. Wollt gerade schon meckern. So, und weil ich ein Vollpfosten-Noob bin in Ghost in the Shell. Oh, neue Map. Neue Map. Oh, oh, oh. Erdmännchen. Haltung. Neue Map, Chris. Äh, Lukas, probier mal bitte auf den Server zu kommen. Komm du in Ghost in the Shell, neue Map. Ich glaub, da müssen wir auch gleich noch mal rein. Es gibt eine neue Map. In der nächsten Stunde am besten. Die nächsten 30 Sekunden am besten. Die das Leben schöner machen. Hinein ins Goethe in the Shell. Nein, ins Pädophilien. Äh, kaufen pädophile München, oder? Nein, ins Pädophilien. Ich bin da drauf, meine Damen und Herren. Ja, ich hab Minus von 1657, Alter. Dann war's. Warte mal. Ich schließe sie. Aber ich hab sie gesehen. Das ist schon wieder weg. Was geht denn hier ab? Spielen wir jetzt Eroberung, oder was? Ja, Mann. Bäm, Alter. Voll in den Bauch und dann, ja. Ich bin so. Natürlich haben wir hier die beste Ausbruchsweise. Manieren. Punkt 10. So. Wir laufen wieder los. So. Und dann, jetzt hier, da steht einer mit Garantie. Wo ist denn der? So, hier stehen unsere Leute. Was ist denn das? Die übernehmen. Haha! Ich wollte es eigentlich zeigen, wie es nicht geht. Und dann haben wir ihn zerschossen. Eiskalt zerfickt. Hey, Chris. Hm? So viele Sachen, wie ich einfach durch schlisten Connects auf diesen Server verloren hab, ey. Das ist ja feierlich. Ja, besonders. Ich hab jetzt ein Minus von 1657. Ich hab, äh, eine weitere Aufsetzung. Mein nächster Visier von meiner Waffe verloren. Weil ich das Wunder getan hab. Weil ich auch das Visier draufhauen wollte. Ich bin weg. Ja. Die Tachikomas sind jetzt da. Ja. Geil. Da ist es. Es ist tatsächlich da. Tachikoma. Und ich hab's auf Video. Ach Gott, bitte töte ihn. Ey, was ist das? Haben wir schon, haben wir schon probiert. Klappt nicht. Der kommt immer wieder. Und ich... Und ich... Lauf den Tachikoma hinterher und wurde getötet. Also so sollte man's nicht machen. Genau so. Das Video auch zu... Warst du einfach noch im Abschrank? Ja, hab ihn nur. Ja, gut, lass mal rüberfahren. Endlich bekomm ich Besuch. Nach all den Jahren. Und dann... Ich dachte, ich seh' nie wieder ein anderes Leben. Ich seh' nie wieder ein anderes Leben. Ich seh' die Fresse. Ähm, Granate? Und ich steh' mittendrin. Aber das waren doch die kleine. Ich bin wieder gestorben. Und dabei wollte ich gerade pushen. Ja, wir pushen die auch die Fresse ein. Hahaha Christian, was hast du noch an der A.K. hab ich gerade? Junge, lass mal vorbei, vorn. Ich komm' mit! Ja, die kommt aber vorher bei mir vorbei. Und Wieder sterbe! Weil ich den Terminal einnehmen wollte. Ja, wenn du deine Pistole nicht im Schrank hast. Ich hab das gerade gehört. Ja, ich hab zwei. Komm, killt wie Bummi wären, Bande. Zack, zack, zack. Zack, zack, hier. Wieder Abreiner. Da ist mir frühzeitig bescheid. Ich will auch was vom Kuchen. Ey, die haben hier ne Kill geklaut. Ich stand da direkt vor so und so. Ich lass mir doch nicht von euch entgehen, dass ich ihn auch mal töten darf. So ein Schlag in Gefresse, das wär schon was, Alter. Ihr redet hier von töten. Qualvolle Folter. Nein. Ich darf getötet. Ich hab getötet und dann sterbe ich. Ach, ist das schön. Aber in allem lang. Und er nimmt das auf und stellt es am Ende noch auf YouTube. Ja, weil das ist ja ein Guide dafür, wie man es nicht machen sollte. Also, führt das Video schon seinen Sinn. Ja, schick dann mal den. Ja, auf jeden Fall. Erstmal wird das Video wegen Sklaverei fast gesperrt. Ich hab ein SS bekommen. Ich hab ein SS bekommen. Weil ich so schlecht bin. Ich stand davor und hätte kill können. Ja, mit gleich SS. Sonst gewinne ich noch, weil ich SS bin. Ich mein... SS? Sag das nochmal SS. SMS, TAFF! Kannst du meine Hüphen ist ein SS? Bisse varit Comics, Alter. Bis voll effort debütet... Ich hab wieder ein SS und ich bin gestopt und und noch ein SS. Ja Also, ganz ehrlich. Lass mir die classes vor der Nase wegnehmen... Junge Fitzals. Junge Ey. Hüpfen wie bei den Gummibären, hüpf, hüpf. Ich mein wir haben ne Mission zu erfüllen, aber erstmal ne Runde hüpfchen. Du und deine Kondensmilch, du und deine Kondensmilch. Ich glaub, manchmal hat er zu viel getrunken davon, glaub ich. Ich trinke aber gerade Montseiler, die mit Zucker zugesetzt ist. Ich hab nen Kill, ich hab nen Kill und ich sterbe fast. Und ich sterbe wieder. Aber wir haben den Sieg. Ja, zwar voll abgelost, aber wir haben den Sieg. Genau so gehört sich das. Ja, Victory. Kann man ihn eigentlich wie? Mir war. Hat er gerade ihm Victory gesagt? Ja, hat er. Victory, ja. Ja, weil wir die Gegner zerfickt haben und ich hatte keine Beteiligung. Fick voll in die Hände. Rachefick, Alter. Mit Hass gefickt. Mit Hass gefickt. Harkgerechter Hit und Christian. Mensch, wenn wir noch fünfmal hinterher... Oh, ich bin letzter aus meiner Gruppe. Positiv. Positiv fürs Video. Ich bin kein Hater, kein Flamer. Aber ich hab neun Assists gemacht. Äh, ja, ähm... Zino hat mir gerade eben Sachen wieder gegeben, ne? Mhm. Ich denk so, gut ist okay, saßt ihm Bescheid, so ne? Du sagst ja, ich hab hier minus 1700 blablabla, schieß mich tot. So. Er so, ja klar, kriegst sie wieder, ne? Plötzlich erscheint hier ein Hunter. Ähm... Und gib dir... Ich verkauf den... Nein, nein, ich verkauf den so, ne? Das wusste er aber nicht, ne? So, verkauf den. Er gibt mir nochmal 3000, jetzt bin ich bei 6300 Krypto. Hehehehe. Gib mir doch. Jaja. Weißt du, was ich damit machen kann, einer? Pess haben. Naja, ne, das muss ich. Aber ich... Aber ich kann ne... Das Kommentar von ganz hinten in der Ecke 6 haben. Hehehehe. So no fucks geben. Hinter der Raumfahrt gleich... Rechts... Rechts... Und dann noch einmal... Kurve links rechts. Sag mal, spielst du gerade Rollercoaster Tycoon oder was? Ne, ne. Das hat sich... Hat sich angehört, hat sich angehört. Wie hat sich aber hier einen Cheat eingibt bei... bei GTA San Andreas. Links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, AP. Ja. Na, drei, 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 drei. Also hast du San Andreas auf X-Box gespielt, aber das ist B nur. Äh, so, ja. Playstation, Digga. Naja, und wenn sie... Dann hier mit Dings einer und mit, äh, Dreieck. Dreieck, X, Y, Leuten. Hehehehe. 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 Da vorne hin... Da vorne hin... Da vorne hin hin, zurück... Ja, 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 ja. Das war der ge-cracked EER. Das war der ge-cracked EER. Da hat er auf so einer, auf so einer Fake PS3 gespielt! Hehehe. Xbox PS3? er hält man lässt sich nur noch auf der Komponente aber mir im PlayStation ist X ist eine anerkannte Konsole aber bloß nicht von Sony so 5 wer hätt's gedacht ich habe ich habe der Frank gerade hier und für Klinas zu gebürzt ja wer ist junger habe ich hier mit dem Bär ich habe mich gepürstet ich habe mich gepürstet ich habe mich gepürstet so reiche man mir den Dildo denn Alice ist ein Dildo oben links ich bin eine Biene oben links X3 1 Kreis ich wurde gefragt ob ich auf den TS kommen möchte von denen da haben gerade welche gefragt ob wer hier deutsch ist und ich sagte ich bin deutsch und dann adden die den Schlechtesten aus ihrer Gruppe ich habe Freunde und wir beschämt uns los ja es gibt noch eine weitere Map ja Chris dann können wir ihn endlich muten mach Quatsch Dick mit dem schlampen Vieh Granaten kill nein und ich sterbe geil das hab ich angeschrieben und wieder gelöscht respawn immer immer ich lauf los wenn man keinen Platz hat im Heli einfach mal ein zweites Auto kaufen den ganzen Stach da reinlegen und das und mit dem Heli mit dem Auto und jetzt zu Lukas fahren das finde ich doch mal ausreichend Platz 3 oben rechts unten R3 L1 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 L2 L1 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 Und da ist ein Takti-Koma. Es ist eskaliert. Christian, hätt ich ein Goldschwing rausbekommen, ne? Jaaa, während der Spiele... Ja, siehste... Hätte doch passieren können. Nein! Ich bin tot. Jetzt erfüllt das Video wieder sein Win. Dann musst du nochmal 100 ausgeben für was anderes. Wenn du fressen hab... Ja, dass wir 99% Verlust waren. Wie viel sind denn 100? 100 Punkte da. 100 Taler? Das sind 4 Kaka. Kaka? Kaka? Ja, das ist ja mal Kaka. Aktiviere Skill. Klar, mit einem Feuergefecht. So sollte man es nicht machen. So erfüllt das Video sein... ...absoluten Sinn. Der escalate quickly. Und er nimmt auf, oder was? Oh Mann. Hört man uns? Nein, euch hört man nicht, nein. Ich bin jetzt im Fernsehen. Mal jemand fern. Komm, Granatenkiss. Also ich will meine Oma grüßen, meine liebe Tanze. Er schwächt allein. Du, 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 gleich hast du keine mehr. Ich bin im Fernsehen, sei stolz auf mich. Junge, dich fick ich auch noch. Für dich reicht's allemal. Hahaha. Heute wirst du gefickt. Aber hallo. Alleine wegen Anwesen, Halskontrolle. Anselbest, du werden nicht nur die Beller geknallt, Junge. Komm, starr dich mir nicht in den Weg! Und zufälligerweise neutralisiert! Und fax, 130 Punkte bekommt man. Dül... sagen würden die Köln nicht nur ein bisschen älter wäre würde ich jetzt einen runterholen die Füße habt ihr die Folge war es auch mal gesehen wo er Lp dreht oder so kommen ja die Fabian allerdings nicht ganz so gut er kommentiert wie er kommentiert bis doch mal der Kauke müssen wir so ein letztes Rippe machen ja man ein ein Witz die Scheiße aus dem Rack der Roteraketen Roteraketen wir brechen ab, wir brechen ab ja ich wusste doch dass es das Wort Mikropp gibt 3er-Kill und oh nein ich bin geschoben Roteraketen Roteraketen da bin ich hektisch geworden weil so viel Kills die ich da auch allerweise nicht mache und trotzdem 3-0 ist du bist die hektikten Person ja ich hab ja auch Motorikfehler aber erst 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 ne 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 Hattnicker er trägt ganz alles eine Sache der Hattnick ich mach kein Hattnick das ist der Hattnick ich mach kein Hattnick das ist der Hattnick ich mein so ein Loser wie ich voll Noob by Ghost in the Shell kaum hab ich die Kamera an ja ja ich hab das nur und will eigentlich total ablosen wie sonst auch zack jedes einzelne Spiel bisher gewonnen Sinn ähm ich war auch noch bester nein mit 10 Kids synchronization fehlt Junge ja ja totaler Fail gerade toris wir nehmen einfach nur Scheiße ähm wie weit bist du denn weg ungefähr besser hätt ichs nicht sagen können weil es sind noch 15 Minuten so ich weiss nicht ob ich das schaffen mit dir da ja ich steh die ganze Zeit an der Basis ach du stehst an der Base ja das ist doch das fühlt sich gut ja ich bin doch dort gespielt ich war ja doch noch dort 15 Minuten äh 15 Minuten 15 Minuten 15 Minuten und wir haben nur 8 gebraucht Alter wie ich gesagt also wenn ich jetzt nicht unbedingt eine Minute brauche für ein 1 Kilometer bin ich gleich da verkauf jetzt schon ein paar Kaladen und ich hab jetzt schon ein paar Kaladen verkauf jetzt schon ein paar Kaladen und ohne ohne wie geil ich schreib gerade bei Ghost in the Shell in den Chat GG dahinter XD und zack gehen erst mal drei Leute raus bei Nenna Hackkills würde ich auch rausgehen wenn der Schlechteste das schon schreibt ne da würd ich auch rausgehen ey in der letzten Runde war ich Bester mit 10 Kills und 2 Assists oh my god das bist du denn Filmkack nur besser hätte ich es nicht sagen von eigenem Bruder fertig gemacht toll und das war auf Video nimm jetzt 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 gleich macht die Wettbeutel ja keine bösen Wörter und die drei jetzt kommt Runde 3 wir versuchen noch mal so richtig abzulosen er hätte zu gestern dabei sein sein erne ohne Scheiß ich hab mich hat so zerfetzt am PC erne aber richtig guckst du Facebook durch plötzlich zu RTL 2 ja hier blabber die alte die ist am kochen ich denke so gut ist okay sie macht Sahneschnitzel sie macht Sahneschnitzel sie macht Sahneschnitzel dann nimmt die doch tatsächlich zwei Eier haut die in einen tiefen Teller rein und danach siehst du bloß wie sie zwei Flaschen Sahne so diese Sprühflaschen da reinkippt ja sie so ja vielleicht haben die sich ja im Kopfbuch verschrieben da steht 2L vielleicht heißt das ja 2FL also für Flaschen ich denke so gut ist ok also währenddessen Gott Hirn verteilt hat stand hier unter der Pommesbude und hat sich Ketchup Mayo bestellt äh ich bin ärgerlich sie hat ihre Sahneschnitzel gemacht Junge Pommes Schranke weiß rot na ja die hat sich Pommes Schranke geholt ne weiß rot ja ganz ehrlich da fragst du dich ey lieber Gott lass Hirn vom Himmel regnen und lass den Bedürftigen den Schirm weg ne ey ey heftige Scheiße richtiges RTL Niveau RTL Niveau? ja ohne Scheiß das wär sogar noch für Hartz 4 zu gut gewesen das wär ja sorry aber der Scheiß der zu schlecht für RTL 2 ist kommt auf RTL warte mach mal jetzt One Life oder was das ist ja mies ja das N in RTL steht für Niveau mein Name ist Frank ich krieg ne Assists ich bin schon tot ich krieg am Double Assists ich bin zwar tot aber ey Frank mit G Frank mit G schreiben Frank mit G schreiben und das ist noch so ein Veröffentlicher Ja einmal Pommes Schranke einmal Pommes Schranke das gibt den extra herben Geschmack einmal Pommes Schranke weiß rot das gibt den extraherben Geschmack Hallo mein Name ist Frank ich bin Zinni mit Niveau und bin bei Pommes Schranke ich hab rein gar nichts getan ich aufficke jetzt ich aufficke jetzt ich aufficke jetzt es gibt ein paar Untunnel aber sehr niveauvolle Kommentare heute Abend das wollte ich gerade sagen wir sinken die MS Niveau ist am sinken ich bin gestorben ich hab's doch aufgenommen du Idiot und ich dachte ich wär hier der Blöde ich bin der Fall und was sagt der Captain als die MS da liegt ne Eisberg voraus ich feile voll ab weil ich dabei krieg ein erstes nach dem andern der war so bad an Eisberg voraus die MS Niveau sind und was sagt der Captain volle keine draufhalten und heute für sie hier sinkt das Niveau es sinkt oder es sinkt es sinkt ey das war hier das war schön doppel äh doppelmoralisch ne also hier doppelseitig die Töne sind es klebt weil du das war ganz wichtig um hier nur kürzend oder bis zum Frühjahr was soll es bringen für ein bisschen erst die Jahre Stilbrot das war so ein das ist und bei der Götze den Mund und die Gäste und am Abend abgeschüttet um ab ich bin ich habe geordnet Mann, in eurem Leben könnt ihr auch schälen und das ist auf meinem Platz. Von einer Skala von 1 bis 10, wie heil bist du? Braint! Verloren! Ja, Mann, verloren! Skala von 1 bis 10, wie heil bist du? Von einer Skala von 1 bis 10, wie heil bist du? Ja, Mann. Ich war gerade im letzter Mann, 2 gegen 1 und was passiert mir? Ich lauf genau in die rein, ey. Und dann spreche ich den einen da mit meinen Schüssen zu. Er fällt eröffnet. Ich hab noch nie mal einen Schuss abgegeben. Kennst du Marco noch? Hey, warte mal hier, Oma kommt auf eine Einfahrt und vier mal Hause. Und kommt dann in eine Polizeikontrolle kurz in deinem Haus. Das ist der Polizist aufsteigen und blasen. Oma sagt, Gott sei Dank, bunzen kennst du nicht mehr. Oh mein Gott, ey. Kennst du Chris, äh, kennst du Marco noch? Ja, ja, klar. Also, chat, ne? Hey, äh, hier, wie heißt er, wie heißt er, hier, 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 hier. Anuris klingt fast so wie er, Alter. Keine Ahnung. Voll krass, Alter. E, halten. Ja, vor allem wenn er ausrastet. Nein! Was hat denn mein Partner gemacht? Wir waren doch gerade 2 und 1. Nein! Ja, da. Wie tot, meine Focker? Ja, ich sterb hier andauernd, einfach weil ich der Geiz genug bin. Sef, willkommen, willkommen zu COD, wo die Snipers rumrennen und die Leute mit einem Sword Rifle sich in die Ecke versteckt. Hahaha! Aber in manchen, äh, Wettkämpf kannste schon so denken, ne? Was ich meine, wenn Christa mit der, mit der AWP erstmal um die Ecke kommt und er kriegt dich als mal noch eine Pistel in der Hand hätte. Nein, genau so sollte man es nicht tun und ich bin wieder bestes Beistreten. Pass mal auf, der kommt so richtig flach, der kommt richtig flach. Da müsst ihr wirklich die Beine aufheben. Jetzt hör zu, wenn ein Professor ein Sandwich macht, ist es dann wissenschaftlich belegt. Warte mal, der war so schlecht. Ich habe bereits dabei die Beine breit gemacht. Aus Sorge, dass ich mich treffen könnte. Ja, aus Sorge, dass es mich treffen könnte. Das ist mal schlecht. My milkshake bring the boys to the yard. It's just like, it's bad in the yard. Gott, bitte nehmen wir. Wenn ich zu einer Wahrsagerin gehe, wieso brauche ich denn noch einen Termin? Damit man es besser einteilen kann. Fick mich mit dem Fickerich. Kräuselficker. Ich zerkreuzle deinen Ficker mit Zerficken des Kreisels. Ist besser, du warst es. Warte mal, ist das... Äh, jaja, klar, aber ich habe mich ausgelockt. Ist das wissenschaftlich widerlegt, Dennis? Was? Nur das, was du gerade gesagt hast. Nein, nein, das ist vollkommen in Ordnung so. Kann alles seine Richtigkeit. Ich bitte dich, lass das mal von Albert Einstein noch überprüfen, bitte. Bitte, ich möchte das wissen und wenn ja, dann mach OC-Content auf, äh, Program, bitte. Dankeschön. Dann krieg's von mir ein Plus. Sonst, nein. Ich weiß schon, was Albert Einstein dazu sagen würde. Du bist verhindert. Sieg. Es ist wissenschaftlich widerlegt, dass Albert Einstein noch nicht mal Fahrrad fahren konnte. Gestein, der ist ein Auto. Aber... Aber gute Matte. Die erste Runde geht an uns. Ich bin so schlecht, dass ich schon wieder gut bin für mein Team. Weil ich bin immer der... Da kann man vorher... ...über einstellen. So. Genau. Egal wie dicht du, ich bin durch die Welt. Voll. Bin wieder voll. Voll verreckt, ey. Aber... Positiv. Ja, da macht der nächste verkehrt. Habt ihr das gesehen? Egal wie behindert du bist. Kevin. Denk an die Kevin-Schokolade. Die schafft auch... Egal wie dumm du bist. Alpha Kevin. Bitch. Please. Hat er dir gegeben, yo. Oh, äh. Zwischig gebissen. We're rage more. Nein. Er hat doch... Er hat doch gerade irgendwas gequingelt bei mir. Er hat gerade... Kann doch nicht sein, da... Da macht der Typ es richtig. Christian, du hast noch vier Minuten, um zu Lukas zu kommen. Er ist schon sauernd, ey. Bin das schon, ey? Ja, mach's aber. Das haben die Flott durch, ey. Halloran. 4 zu 4. So. Jetzt geht's die durch. Fixie. Jetzt geht's um die... Nimm, nimm. Nimm, nimm. Ah, ja. Oh mein Gott. Elfter Spieltag, alter. Erhalten, hat hier, äh, Dings... Hat... Stabels hat dann, äh, Dings rausgehauen, alter. Einen Satz. Hoffenheim steckt der... Derzeit so tief unten drin, dass man die Trikos der Tedesk demnächst bei Dildo King kaufen kann. Ja. Oh mein Gott. Niggas, see what? Herzlich der Spruch, Embo. Ja, klar, der kommt gerade um die Ecke, weißt du? Wär ich mal stehen geblieben. Dann hätt ich ihn zerfickt. Ja, muss er ja sonst hingehen, ey. Stell mal, er kommt um die Ecke und ist weg. Geht mal um die Ecke, ist die Ecke weg? Geht die Ecke um die Ecke, ist die Pommes weg? Geht mal Pommes um die Ecke und klick. Geht? Aber ich mag doch nur Döner. Und was, wenn ein Hamburger um die Ecke geht, dude? Feht dann das Fleisch, oder was? Das kann doch schön sein. Dann ist es kein Hamburger mehr, dann ist es ein Salat! Mit Croutons! Und Dönerfleisch. Aber da fehlt doch das Fleisch. Aber nicht das Dönerfleisch. Da fehlt das Dönerfleisch! Meine Fresse! Wenn das Dönerfleisch da ist, dann ist das... Neulich im TS nicht sicher. Ist das ein Mädchen oder nur ein dicker Kerl? Gott! Ich möchte sagen, von beiden etwas. Aber nur weil du es bist. Nein, ich bin gestorben! In die Fräse, Junge, in die Fräse! Ja, hab ich versucht. Und trotzdem, weil ich den Typen gesehen habe und ihn verraten habe. Und dann kriege ich noch ein Assist drauf und jetzt ab in den Arsch! Er kickt den Arsch so, als er kriegt den Assist. Ich bin schon wieder so nupast, ey, dass ich schon wieder gut bin. Weil es in den Ass ist. Weil es in den Ass ist. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Spieler in ganz Ghost in the Shell. Aber ey, ich bin gut im Verlieren. Egal wie schlecht du bist. Du bist der Mechel für den Wurst im Kühlschrank. Egal wie schlecht du bist. Er ist so ein großer Nut. Er kriegt von vorne und von hinten. Und in dem Moment, als schießt mich jemand von hinten. Karma, Bitch. Nimm das, du Schwurkel. Wird schon aber auszumachen. Nicht so rein schreit. Fick, ey! Und das ist dafür, dass du lebst. Komm, komm. Nein, das darf nicht sein. Och, scheiße. Warum schmeißt der noch einen Nate? Oh, dieser Idiot! Ey, das hätten wir sehen müssen. Wir verlieren jetzt noch. Oh, mein Gott. Da unterbricht der die Entschärfe. Facebook-Status aktualisiert. Also für so neue Connection hier so. Von Neuigkeiten und so. Was steht ganz oben. Ich habe gerade gepopelt und habe ihn gegessen. Sehr intellektuell. Gepostet von Florian Koch. Nein! Ja, das ist eine Lebensweise. So, kein Wunder, dass die Leute mit dem Magen kriegen. Steht da runter. Nicht mein Problem. Ich habe es nicht mit dem Magen. Mehr tun die Popels gut. Gott. Nicht mein Niveau. Ich dachte, das ist voll dein Niveau. Das müssen? Nee, das ist so Albert Einstein-Niveau drin. Warum schützt mich eigentlich keiner? Armored Turtles. Armored Turtles. Hey, jetzt kommen die Armored Turtles. Die Armored Turtles, Junge. Hier kommen die Armored Turtles. Richtig geile Armored Turtles. Ich würde das anlaufen. Hey, hier kommen die Armored Turtles. Superstarke Armored Turtles. Immer auf der Lauer. Und mit dem Hedgehammer. Ja, Alter. Hier kommen die Armored Turtles. Ohne Ehre. Die Armored Turtles. Ich habe den Sieg geholt. Ich bin Gott. Nicht mal wenn du es wolltest. Nur in deiner Fantasie. Ich habe die Bombe gelegt und die letzten zwei Gegner gekillt. Dann weißt du, was du bekommst. Warte, ich mach die auch. Oh, da ist Benjamin Franklin. Geiles Leben. Warum kriege ich denn Benjamin Franklin? Sag mal, welchen Trunk habt ihr eine genommen? Ach, die will ich auch. Also so esse würde ich mal sagen. Hey, ich bin Blumio und neben mir sitzt es gerade. Da ist gerade der Menderes. Und wir... Und wieder ein Sieg. Ich leg die Bombe, wir holen den Sieg. Ich bin Legendary. Besser geht's nicht. Tötet ist. Lass das nicht weg. Das ist nur noch Larry, Junge. Larry, der Noob. Ist klasse. In dem was er tut. Christian, weiß nur noch Larry die Gurke. Tötet ist und wir sind alle glücklich. Blas Mariah redet. Heihe sind cool, Mann. Heihe sind echt geil. Heihe. Heute nicht erfahren, warum ich so rede, wie ich rede. Weil du die Münzen haben willst. Ach, war das nicht normal bei dir? Heihe. Doch, mittlerweile meine ich schon, weil ich so geil bin. Beste Beleidigung. Geht ihr mal in die C zu mir? Boah, du Neuspieler, ey. Boah, du Neuspieler. Und ihr bündrot! Der macht gerade, wow! Und genau in dem Moment kommt der Gegner und verfickt mich. Geil. Los, wir fissen uns alle gegenseitig an. Oh, wow! 7-7, letzte Runde hier. Uh, wer hat noch nicht, wer will nochmal. Es vibriert. Die Frage ist, wo es vibriert? In seiner Hose! Nein, in meiner Hand, weil sonst geht in der Hose nix! Ich hab dafür extra so... Ich hab da extra so'n Teddybier dafür, da macht die Frau wirklich da... Ah nein, ich bin gekriegt worden! Hauptsache, die gerade so wuuu und sagt, bin ich von hinten gefickt worden. Oh mein Gott, nächstes Leben wäre ich gern ein Dildo, mach ich frauen glücklicher und die gewinnen wir verlieren, genau so. Beste Vorlage. Warte mal, du greifst gerne ein Dildo, damit du Frauen glücklicher machen kannst. Ja! Ich glaube, eine männliche Potenz leidet gerade dezent. Ich meine, wenn das Dildo wäre, würde mich die Frau nie wieder verlassen. Vielleicht hat er keinen. Deswegen, denn seine männliche Potenz leidet gerade dezent. Unter seinen Aussagen, Alter. Welche Potenz? Aber richtig. Welche Potenz? What?! Alter, die Gespräche nehmen gerade ein Niveau an! Lass mal über Penisse reden, ey! Lass mal über Penisse reden! Penisse sind nicht geil! Man nimmt das alles auf, ne? Und steht's auf YouTube. Na, da ist er noch auf Programmen und macht Untertitel. Erstmal sechs Stunden Untertitel schreiben! Ne, ne, den Untertitel macht YouTube selber! Das ist es ja eigentlich! Da sagst du, da sagst du wirklich, ohne Scheiß! Alles klar! Ne? Was du übersetzt hier? Was du übersetzt hier? Was du übersetzt hier? Was du übersetzt hier YouTube? Hat mir letzte Nacht einen runtergeholt! Ist wirklich so ohne Scheiß? Ohne Scheiß! Alles klar! Was sagt YouTube? Ah nein! Alles okay! Alles okay! Mittlerweile kann man den Untertitel sogar selbst angeben! Oh! Also ich hatte... Ich lege wohl voll! Gestern hatte ich eine Diskussion mit einem Kumpel und einer Freundin. Und dann habe ich mit Entsetzen festgestellt. Im Alter von 20 bis 25 stehen Frauen dezent auf Anahal. Ab 6.3 sind sie dann schon wieder Brüde. Nur mal um mich wieder ins frechte Licht zu rücken! Nein, du bist schwul! Halt die Klappe! Ich habe... Na, da ist gerade eben rausgekommen. Na, da stehen Frauen dezent auf Anahal. Ich habe vor ein paar Jahren, falls jemand wissen will, ob ich noch alle Tassen in den Schrank habe, die habe ich vor ein paar Jahren aus dem Fenster geschmissen und weggeworfen, weil man mir sagte... War das nicht deine Geburt? Ich glaube wohl, ihr hat das schmale Haken am Kreuz, ja? Hat er nicht gesagt, der hohe Antwort. Ihr könnt mich mal alle kreuzweisen, dieses letzten Worte. Redet ruhig so weiter. Ihr zeigt nur, dass ihr mich alle mögt. Nope, dude. Hast du das auch ein... Ja, du hast ein verkorkstes Weltbild, das muss ich ihm ja mal lassen. Ja, so ein bisschen, ne? Man kann sich nicht... Ich meine, wenn er... Wenn er lieber ein Dildo wäre... Ich meine, man kann sich die Welt nicht schöner reden. Den sein Ernst jetzt, Alter. Ich baue jetzt nie wieder hier in Scheiß-Arme, ey. Ohne Witz, weiß was. Pass auf jetzt. Pass auf jetzt. Pass auf. Zwei Wände, ja. Zwei Wände. Links ne Wand, rechts ne Wand. Ich setz'n Ding drauf, ich setz'n so'n Floor da oben drauf. Hat passiert, Floor kippt einfach mal unten. Wollt ihr jetzt mich beleidigen oder was? Nein. Ich glaub das Video, man hat den Tode gecheckt. Ich setz'n den Ton rauslegen. Nein. Ist doch ein Niveau voll hier. Ich seh da so... Hashtag... Du hörst schmuchten auf du. Ey, ich mach's du. Ich hab gerade bei seinem Kommentar so bei... Du musst'n keines gehen. Dann zahl'n dazu, so. So Minute sieben, 23 Sekunden, Hashtag. Also, ihr werdet dann verlinkt so auf Facebook. Guckt euch den mal an. Alter. Hahaha. Oh, schade. Jetzt wurde ich gespawnt killed. Im Gegnerriff sind gespawnt. Ja. Gespawnt killed. Gespawnt killed, Alter. Ja. Beste Aussprache. Ja. Und jetzt wurde ich mit meinen eigenen... Dings gekillt. Ey, meine Satzbildung ist... Er wirft die Nate an die Mande, trifft sich selber mit... äh, an den Kopf und stirbt. Ich mein... Ich weiß gar nicht. Ich glaub, das hat Dennis sogar mal geschafft. Hahaha. Nein, da war ich bei dem Match dabei. Hahaha. Ich weiß nicht, der wirft zu Kielmann kommt zum Tod. Eigentlich wollte ich... So, jetzt pushen wir hier nochmal. Also, eigentlich würde ich jetzt... Wir pushen. Ey, Leute, wir pushen. Ja, pushen! Ey. Ich wollte pushen, aber ihr habt nicht mitgepusht. Feuert mich mal hier ein bisschen mit Beleidigungen an. Weil... Oh, dass du noch schlechter wirst. Ja. Das ist wie bei der Army. Das ist wie bei der Army. Die beleidigen dich und dadurch bauen die dich auf. Würde ich wissen, wie das bei Lukas aussieht, Alter. Machen wir den jetzt halt fies an und so. Und mach immer mal push the button an, oder? Push the button hat der Gegner gerade angemacht. Ich steh hinter einen und krieg ihn nicht gekillt, ey. My finger is on the battle. My boys bring all the milkshakes to the heart. It's coming in. Ach. Warte mal, wie sollte man das eigentlich übersetzen, Alter? Was? Ja! Ja, dass dir... No scope kills. The milkshake bring my boys to the heart. Na ja, wer weiß, vielleicht ist sie ja schwanger. Der war mein. Mein milkshake bring the boys to the heart. Ja ja, vielleicht ist sie ja schwanger und macht da Milkshakes draus. Na ja, ich werd mein Milkshake, oder? Mein Milkshake, jetzt ne heiße Milf mit Honig. Ja ja. Okay, ich hab mich durchgeweht. Ach, das ist noch nicht Bossrunde, ja. Mann. Ich komm nicht klar, ich hab noch keinen einzigen Kill. Wem sagst du das? Wem sagst du das? Ja, das ist auch klar. Ich hab gerade zwei auf einmal gekillt. Ich kill die ganze Zeit keinen Schwein. Wuuu! Zwei auf einmal! Double bitch, Junge. Double bitch, Junge. Double bitch, Junge. Ja, doppelt halt besser, sagt der kleine Dildo. Und da kam Dumbledore von der Seite. Am besten auf Program, find ich auch noch, wenn so Dildos, dann zu sehen, sind so, ne? Die klauen uns die Arbeit, oder die nehmen uns die Jobs weg. Die klauen uns die Jobs. Ja, weißt du, und er sagt, er wäre gerne ein Dildo. Ja, dann willst du Bescheid. Ja, er klaut uns die Jobs, ne? Ey, ganz ehrlich so. Die klauen uns die Jobs! Die klauen uns die Jobs! Die klauen uns die Jobs! Die klauen uns genauso an! Du, kleiner Mini-Vibrator, du hättest die Klappe da hinten! Ey, ich bin gratis zu haben! Er klauen uns die Jobs! Es war klar, du! Der Klappe! Geht mir echt her ran kaputt! Und drunter, Hashtag NoHobo! Lukas, komm mal hier! Takeshies Castle, alter! Du musst hier drüber kommen. Hab's geschafft. Jetzt gehen sie doch nochmal. Wo ist das hier kommen? Ne, alles gut. Jetzt war's zu spät. Meine lieben Freunde, ich weiß wie man es nicht machen sollte und ich tue es trotzdem. Ja, halt mal schön die Fresse. Jetzt hat er Aids. Ist er super Aids? Einer sagte so, nach um 6 kommt er wieder in TeamSpeaker. Ich weiß nicht, wie ich nach ihm wollte. Und Chris einfach nur so eiskalt so. Jetzt hast du Aids. Er hat doch keine Scheisse Aids. Kennst du eigentlich Aids Rodeo? Schließt mit deiner Freundin, sagst du, dass du Aids hast. Mal sehen, wie lange du drauf bleibst. Das ist wie Rodeo reiten. Hat mir so lange gedauert, weil ich es mir gerade vorgestellt habe. Oh, der war in your face, du bitch. Und da knallt der Gegner mich mit einem Headshot back. Ne, doch nicht. Oh, mein Gott, Junge. Ich bin Gott, Junge. Die sollte wahrweiler werden. Oh, hier bin ich gut, ihr Schlampen. Was auf mit denen ich hier anlebe, Junge. Ich bin ein krasser Marfucker. Sag das aber nicht den Bildo hier, ja. Ey, ich habe auch Würde. Deine Bildo ist anpassbar, Alter. Anpassbar. Nein! Wenn ich sterbe, dann durch Selbstmord. So muss das sein. Ja, ich finde Streit einflügel selbst, wann ich sterbe. Ich glaube, das hat er auch bei den Skill gemacht, als er sich erst geworfen hat. Welche Nade? Ah, ne, ich meine, das Kuhkrie. Gegen die Weizung nur tot. Ich posiere. Ach, ich dachte, ich kriege jetzt einen Luckshot, ey. Gott, ey, noch drei ICs, dann bin ich endlich wieder Ruf ab, Junge. Echt? Wenn man mir so bei den Reden zuhört, möchte man dein Niveau freiwillig verkaufen. Also, ich biete... Ein Gold. Welches Niveau? Da wär immer wieder bei Captain Thor, Alter. Ja, Kreiselficker, ey. Irgendwann ist wieder dasselbe Thema. Das... Ja, das Gespräch ist mir dabei zu weit unten eingekommen, es endet immer gleich. Kreiselficks sind auch nicht mehr das. Ich will mal kurz Anubis abzuhalten, ne? Irgendwann packen wir das Ganze wieder noch. Ich schmeiß die Nade und dann... Ach, ne. Okay, jetzt kommt die Ulti. Mach das, ne. Wenn ich einen auf die League of Legends denke, vielleicht kill ich dann. Ich hab gekillt. Toll. Und da kam die Ulti. Ja, jetzt machen wir hier die Special. Und da sind so ein paar böse Jungs vor meinem Spawn. Die wollen wir auch machen. Und jetzt pushen. Mit der... Dings. Und jetzt hier. Ja. Und ich hab... Sucherkill. Noch ein Kill. Ja. Und jetzt noch mal pushen. Kurz pushen. Ja. Das... Das sieht gut aus. Ja. Das kriegen wir hin. Sollten wir hinkriegen. Komm. Ja. Oh fuck. Nein! Nein! Ah! Ich wollt doch nur an die Wild Tournament spielen. Guck. Guckt der sich da grad nen interaktiven Porno an oder was? Mit VR, Alter. Schön mit... Mit Oculus Rift, Alter. Ach. 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 Ich bin auch noch zwei Bestand für meine Scheißleistung. Und Rache Kill. Ich bin so behindert. Super Drohne. Noch ein Kill. Krieg ich jetzt noch. Und Kill. Ich bin gestorben. Für nichts tun. Aber Spawn Timer. Nein. Ist echt uns wie behindert so. Ich ist so verdammt schlecht. Ja. Das ist schon wieder gut. Und ihr kriegt ihn erstes. Och. Mann bin ich gestorben. Das war nah leicht. Ey. Der ist willkommen. Wie wieder nicht. Ja lieber wieder nicht. Als wieder nicht. Und ich bin in Spawn gekillt worden. Ich bin so behindert ey. Irgendwann kriege ich es noch hin, mal ein anständiges Gameplay hochzuladen. Irgendwann. 30 Jahre später. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Kill gemacht. Und bin gestorben. Wie das erstmal hier als Schiff steht. Es sollte für das Versagen ein Achievement geben. Eins was ich ja gefunden habe. Oh na. Komm. Ich pack das heute noch zu verlieren. So. Ich bin wieder da ja. Bibi. Danke. Ja. Dieser Wichser hat mir den Kill geklaut. Dabei wollte ich doch versagen in Versage. Oh man. Johnny hat sich mein Bleistift in die Popo gestickt. Ja ja. Das ist ja. Unser John. Johnny hat in mein Bettchen geschlafen. Johnny hat einen veranlassen. Ja ja. Boss. Johnny warst wieder nicht vorher hingehört. Oh Johnny. Warum? Haha. Zack. Johnny ist gestorben. Oh ja. SuspМh. Ich mal die Klautze schrubbing. sie ist Mase alt. auch verträgHHHH. Ja! Jetzt noch mal Puschen hier. Was bringen wir doch hin? Nein! Shter stoech. vielleicht drückt doch den Button, aber trotzdem natürlich nicht Puste Button nochmal pushen hier hauch ihn an, los jetzt, atme den Button ein warte mal, verstehe ich nicht ja, der hat auch ein bisschen länger gebraucht bei mir er puste den Button warte mal, der ist nur unterwegs ich glaube der kommt nie mehr an ne, ich glaube auch nicht oh, Matten Matten bin nicht gut im Verlieren der kam schnell an, Lukas, der war ok der war ok der geht vorher runter das sinkt schon sind wir schon wieder an dieser Stelle angekommen? ja, ich glaube, dass wir kommen da heute wenn der komische Dildo da noch da ist bei diesen Gesprächen gerade einmal diese Kreiselficker, ich schwörs dir ich wette, das Video wird zu Tote getaggt ich wette, ich krieg nur negativ Kommentare einfach weil ich's auch so wollte ich wette, ich krieg nur negativ Kommentare einfach wahrscheinlich am Ende so 5 Likes und 10.000 Dislikes immer wieder Sonntags kommt die Erinnerung besser wäre so geblieben steht dann als Take drunter minus Penis-Former plus Alpha Kevin nein, da bewegt man sich einmal nein gleich mal auf mein Penis-Account so wie der von Duggie B so wie der von Duggie B yeah, n**** die hat auch so'n Penis-Account Penis, nicht Penis mir war grad, dass irgendwo alles kommen muss und über Penis redet man nicht man redet nicht über Program über Penis schon ja, blind oder traffic warum sollte man nicht über Program Papa in der Drohne hat einen getötet oder wo irgendwie ja, versteckte Produktplatzierung vor der Placement ich bin scheiße aber ich werd dafür bezahlt ja, früher hat man das Schleichwerbung genannt ich wissen nicht, früher war alles besser was Produktplatzierung Dislike, du Bitch lieber Rieder nicht als Rieder nicht, alter lieber Rieder nicht als Rieder nicht, alter lieber Rieder nicht als Rieder nicht, alter Matt Flanders hat's dir gesagt ich wär eine harte Prüfung Gottes und er hatte Recht und ich würd sein du bist ein Hurensort ein Hure du Schlampe nimm das los jetzt der kommt ums Eck und tötet mich so wie es sich gehört so ein Verwacher wie mich ja, kennt einfach nur dass auch die Niederlage uns mal ein Gesicht bekommt öh der wollte mich von hinten messern und was bekam er ja, 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 ja der wollte messern mein Lauf in die Fresse und dann war ich letzter Kill ey, wenn ich das bei League of Legends gemacht hätte, wär ich heute in Legende du bist schon längst gestorben neue Runde beginnt schon ey, ich bekomm für ich bin Level Up Level Up ich hab für meine mein Versagen Level Up bekommen danke ich grüße allen die mich hier unterstützt haben oder auch nicht was hast du mit dem Auto getan? Alter, ich hol gleich Frauenfeindliche Nazi Community wenn man was gekriegt hat schluss AfD und Pegida clever und ich war bester in meiner Gruppe aber Moment mal, schlimmer geht's doch gar nicht die sind doch made in du Achselschweiß lecker ja, ich hab's mal zu etwas gebracht okay, Dude ich bedanke mich beim Schluss zu sehen bei einem Video wie man's nicht machen sollte und jetzt dürft ihr euch auch endlich verpissen